Moin Moin! Schön schattig, arschkalt, aber egal. Wir haben ein kleines Tipp-Video für euch. Und zwar betrifft das unsere neuen Flexibaits und da wollten wir euch mal einmal kurz zeigen, eine Methode wie ihr die ganz cool einsetzen könnt. In dem Fall geht das um den Triple Tail, 40 mm und zwar fischen wir das ganze mit unserer neuen Praston Reaper 2. 2,40 m habe ich hier jetzt gerade in der Hand und wir machen das so. Wir fischen das mit unseren Glash Spiros von Skull Gear kombiniert mit einer kleinen Stopperperle, Zweifachwirbel, dass ihr den Drall rausnimmt, 1,20 m Vorfach, das war's schon. Ihr habt damit den Vorteil, ihr könnt super gut auf Distanz kommen, ihr könnt den Köder in unterschiedlichen Tiefen einsetzen, die laufen super und was ihr auch noch als kleines Gadget machen könnt, wenn ihr sowas am Start habt, nehmt ihr eine kleine UV-Lampe, weil rot und der weiße, die haben Glow-Effekt, die leuchten. Gerade für morgens, so wie das jetzt ist, bedeckter Tag, könnt ihr noch ein paar Fische darüber mehr überlisten. In dem Sinne, probiert es aus, viel Spaß, bleibt gesund, euer Prasten und Fidusen Deutschland Team, wir wünschen euch dicke Fische. So, kommen wir noch mal ganz kurz zur Köderführung. Einfach raus damit, kurz vorher abstopfen, damit er vernünftig sich hinten schreckt und dann einfach nur langsam einleiern das Ganze. Mehr braucht ihr gar nicht machen. Ihr könnt ab und zu mal einen kleinen Twitch machen und das war's. Mehr nicht. Und Live-Biss. Und wenn ihr den Biss habt, so wie in dem Fall, ihr dreht einfach weiter, die haken sich in der Regel selber. Auf jeden Fall, eine schöne Portionshoch-Relle. So, nicht vergessen, gleich den Fisch versorgen, abschlagen, abschlechen. Viel Spaß am Wasser beim Nachmachen. Hier ist es für den Fisch quantitär Untertitelung des ZDF, 2020